Hallo Minecraft, willkommen zurück bei Captive Minecraft. Ja, ups. Oh. Na, was? Oh, Glück gehabt. Ich dachte, ich bin schon unterm Wasser und komme nicht mehr raus. So, letzte Folge haben wir ordentlich was gefarmt. Den Diamanten und Zeug. Und wir brauchen jetzt aber unbedingt noch... Ach, den habe ich gar nicht abgebaut. Wir brauchen unbedingt jetzt Obsidian als nächstes. Deshalb müssen wir gleich nochmal nach unten gehen. Und uns ein Wassereimer mitnehmen, damit wir aus Lava Obsidianen generieren können. Und hoffen, dass da unten irgendwo noch Lava ist. Ah ja, da. Doch, da ist doch das eine Ding. Genau. Mir fällt es gerade wieder ein. Sehr geil. Okay. Holz nehmen wir mal mit. Apfel lassen wir da. Steak. Essen wir mal kurz. Ne, Porkchop. Porkchop. Ein Fischhammer, ein Chickenhammer, ein Steakhammer. Raw Mutton. Hauen wir mal in den Ofen. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch haben. Oh, Raw. Raw Porkchop. So. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir nach unten. Noch kurz was futtern. So. Und dann geht es gleich weiter. Wir müssen jetzt zur Lava. Moment. So. Hier gleich noch ein bisschen den Gang ausbauen. Das muss uns nicht immer in den Kopf stoßen. Also da, wo wir letzte Folge, ähm, äh, ich deb. Ich muss gleich nochmal hoch. Was habe ich vergessen, Leute? Was habe ich vergessen? Was Elementares, um Obsidian zu generieren. Richtig, ist ein Wassereimer. Ein Eimer habe ich mitgenommen, aber das Wasser nicht. So, also. Schnell nochmal Wasser holen. Ähm. Hier sollte ich wegnehmen können, ohne dass es... Fließendes Wasser gibt. Jawoll. So, jetzt ist es schon deutlich besser. Und wir kommen auch ein bisschen schneller voran. Wir können die Treppen runterrennen. Ja. Durch das, dass wir uns den Kopf dauernd gestoßen haben. Hier noch nicht. Ähm. Sind wir eigentlich immer hängen geblieben. Ach, da habe ich gerade das Eisen abgebaut. Und da die Fackel. Okay. So, jetzt müssen wir eigentlich schon bald bei der Lava sein. Hoffe ich doch. Oder war nicht so weit unten. Ich baue hier die ganze Zeit, äh, Zeug ab. In der Hoffnung. Ah, da ist noch eine Kiste. Genau, da war doch irgendwas. Ähm. In der Hoffnung. Warum ist da ein Raum? Ach, da habe ich schon, äh, Eisen abgebaut. Hier haben wir doch auch Lava. Müssen wir gar nicht zu dem einen Lava-Feld. So. Haben wir hier irgendwo eine Fackel? Die kaputt gehen könnte. Ah, hier. Der ist perfekt. Na. So. Und da wir klug sind, mit G. Machen wir hier erstmal, äh, Wasser. Äh, Lava weg. Quatsch, Obsidian, Mann. Dann machen wir hier Wasser rein. Und dann können wir hier einfach abbauen. Aber wieso kriege ich das Achievement nicht? Ach so, ich muss ein Enchantment Table bauen. Äh, und ein Enchantment Table kostet, glaube ich, äh, vier. Ah, und wir können das noch gar nicht machen, weil wir brauchen noch den Verzauberungstisch. Und den Verzauberungstisch haben wir auch noch nicht. Und das heißt, wir müssen später auf jeden Fall nochmal, ähm, Obsidian abbauen. So ist das halt. Aber ist ja egal. Machen wir auch. Wenn es gemacht werden muss, dann machen wir das. Äh, ich brauche ein Buch. Ein Diamant. Ne, zwei Bücher, ein Diamant. Ein Buch habe ich noch gar nicht gekriegt. Äh, wir brauchen zwei, vier, sechs, acht, zehn. Ähm, vierzehn Obsidian brauchen wir. Dann können wir uns ein Neder-Portal machen. Und, ähm, ein Enchantment Table. Ja, dauert halt ein bisschen, aber ist ganz so wild. Ja. Wir sind gerade voll auf dem Vormarsch. Gerade läuft's gerade, da habe ich einen Run. Aber so richtig. Was ist jetzt? Oh, jetzt dachte ich, jetzt dachte ich, der Obsidian da hinten sei gespawnt. Ah, selbst mit nur die Asch, ich sage, dauert es ewig, bis man hier so ein, so ein Obsidian abgebaut hat. Aber gleich haben wir's geschafft. Ich hoffe mal, hier kann man, hier kann man die, jetzt ist er weg. Ja. Ups. Nein, jetzt habe ich meinen Weg nach oben abgebaut. Oh, hier eine Fackel, da eine Fackel. Äh, nee, da lassen wir mal die Finger noch davon. Nehmen wir mal das hier. Vielleicht soll ich das Wasser auch gleich mal neu platzieren. Nicht, dass wir da noch, äh, irgendwie kaputt gehen. So, äh, Moment. 14 Hammer. 14 Obsidian. Ich hätte gern zur Sicherheit noch 4 mehr. 14, 5, äh, 16. 17. Den hier noch. 18. Ja, Wollo. Jetzt dachte ich, ich brenne schon. Sehr gut. Ähm, war da nicht noch irgendwo was? Oh ja, ein Skelett. Okay. Discovered. Jetzt wollte ich schon fast einen Obsidian da hinsetzen. So, Obsidian haben wir gemacht. Hat aber leider noch kein Achievement gebracht. Weil, wie gesagt, äh, wir noch nie den Enchantment Table haben, glaube ich. Wobei das eigentlich ein bisschen doof ist. Ah, doch, hier. Hä? Habe ich doch. Habe ich das schon? Will the portal do the need? Ach, ich muss das Portal bauen. Ich muss gar nicht Obsidian finden, sondern ich muss das Portal bauen. Oh geil. Dann machen wir das doch mal kurz. Ähm. Mal weg da. Was ich komisch finde, ist, dass hier oben noch keine Monster gesponsert sind. Noch nie. Noch nie waren hier oben Monster. Wahrscheinlich, äh, kommen sie gleich. So, äh, Obsidian. Wir bauen das mal hier hin. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Wir gucken mal, ob das so geht oder nicht. Wenn das so geht, ist gut. Dann haben wir zwei Obsidianen gespart. Irgendwo hat man doch schon einen Flint und Stil. Oh, haben wir einen Flint? Rup. Ich sehe keinen. Ah, hier, doch, da haben wir schon Flint. So. Alles weg da. Hierin. Äh, machen wir allen Obsidian da rein. So, so. Flint. Flint. Flint and Stil. Eigentlich ja Flint and Iron, aber... Jawollo. Warum hat das jetzt kein Achievement gebracht? Muss ich da erst durchgehen. Aber dann lasse ich erst noch ein bisschen Sachen zurück. Da will ich nicht so durchgehen. Ähm, Cobblestone nehme ich mal mit. Vielleicht muss ich das Portal gleich irgendwie sichern. Bisschen Essen haben wir, bisschen Holz haben wir. Let's go! Oh, oh. You need to go deeper. Oh, oh. Ach wie jetzt? Hä? Was jetzt? Ah, okay. Wir sind in einer Festung gespawnt. Okay. Oh, das sind gleich Places. Toll. Nein! Scheiße! Ah, fuck! Sind die immer noch böse auf mich? Ja, klar. Ja, logisch. Komm, tüten mich nochmal. Habt ihr jetzt genug? Nö, habt ihr nicht. Was soll denn das? Können die rein? Ach, ja, klar. Selbst hier kommen die rein. Oh, Alter. Und ich recke nicht. Oh, mit der Faust gegen zwei Zombie-Pigmen. Ja, logisch. Oh, das ist das Schlimmste, was passieren konnte. Oh, wann sind die denn down? Oh, meine Hand tut schon weh. Wenn ich hier runterfalle, dann war's das. Geil. Super. Hammer gut gemacht. Wie immer. Vielleicht sollte ich mir auch mal eine Rüstung bauen. So, eine Spitzhacke will ich. Und ein Swag. Okay. Spicks. Das Problem ist, die sind ja gerade immer noch sauer auf mich. So. Was machen wir jetzt? Luck. Wir haben hier einen Luck Potion. Und ich habe vorhin das Gold, die Diamanten einfach so abgebaut. Leather Tuniker, ja klar. 14. Nein. Eins zu wenig. Aber hatten wir hier nicht noch irgendwo Eisen? Hier, sechs Stück. Dafür können wir noch ein bisschen was machen. Okay. Das geht so gar nicht hier. So, eins noch für eine Hose. So. Und da liegt ein Schwert. Warum liegt da ein Schwert? Ah, ich bin ja genau im Ding gedroppt. Hä? Lol. Da liegt noch Zeug rum. Oh, wir haben noch ein Achieve. War da nicht irgendwo? Doch, da hinten. Jawoll. Ja, toll. Eine Map. Wo sind wir? Ah, hier. Okay. Gut. Nehmen wir mal. Lassen wir mal da. Haben wir jetzt nicht unbedingt. Ach so, Eisen. Oh, einen Helm können wir uns noch machen. So. Hier rein. Da rein. Und nochmal in Nete. Und wahrscheinlich warten da drin jetzt ein Haufen Zombie-Pigments auf mich. Die wir gleich hier hauen dürfen. Okay, die können mich gerade nicht anvisieren durchs Portal durch. Oh, ich dachte, der kommt. Der ist da auch. Oh, nein. Muss ich Zombie-Brain essen? Dass ich wenigstens ein bisschen weg. Die können uns jetzt gerade nicht wegbewegen. Ah, wenn die zu mir wollen, dann spawnen die in der Oberwelt. Ey. Ich will den irgendwie hierher locken. Wow. Das Problem mit dem Zombie-Brain ist, äh, das gibt mir Hunger. Ah. Das heißt, ich recke viel weniger, wie ich eigentlich könnte. Probier mal, ob ich durchkomme. Und da warten jetzt wahrscheinlich wieder Pigments auf mich. Nein! Aber irgendwie habe ich den, den Radius nochmal ingreased. Ne, doch nicht. Ach, Mann. Ist ja voll doof, wenn die sauer auf mich sind. Aber ich habe meine Sachen wieder. Ist gut, dann können wir eine Dia-Spitzhacke wieder zurückpacken. So, wir gehen jetzt nochmal in. Und gleich rückwärts gehen, glaube ich. Nein! Ah, fuck! Mann, 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 Mann! Die Folge ist schon wieder um. Uh! Ah, fuck! Oh, was machen wir denn jetzt? Oh, hochgebaut. Ja, toll. Dann können wir hier wieder mit der Hand gegen die kämpfen. Ach, Mann. Und die sind immer so arg böse auf mich. Okay, das hätten wir jetzt erstmal wieder erledigt. Ich muss unbedingt mein Haus hier ähm soweit sicher bauen, dass die hier nicht mehr reinkommen. Okay. Weil wenn die hier nicht mehr reinkommen, dann wird es einfacher für mich. Das Problem gerade war nur, ich bin nicht mal dort zur Tür gekommen. Da haben die mich schon wieder attackiert. Und wir müssen in Nater. Unbedingt nochmal. Ja, ein paar Torches nehmen wir mit. Und was zu essen am besten. So, Attacke. Ah, das ist halt scheiße, wenn die Pigments auf einen Sauer sind. Wir müssen auf jeden Fall unser Zeug nochmal safen. Ja, klar. Falsche Richtung. Das ganze Diamantzeug möchte ich nämlich nicht hier liegen lassen. da drüben sind welche. Sind die jetzt noch sauer auf mich oder nicht mehr? Das sieht nicht so aus. Was macht der? Nein, im Moment ist er friedlich. Oh. Ich muss die Blaze irgendwie anlocken. Boah, da ist eine Chest frei. Schnell alles mitnehmen. Gut, da ist nichts. Boah, ich dachte, der will mich wieder eingreifen. Kommt doch runter, Mann. Feiglinge. Egal, mach mal nächste Folge. Wir haben den Nähter, äh, überstanden, dass die, äh, Pigments jetzt im Moment nicht mehr sauer auf uns sind. Das heißt, wir müssen einfach nächste Folge aufpassen, dass wir die nicht wieder hauen. Und dann helfen die uns auch, ja. Eigentlich sollte es so sein, dass die Zombie-Pigments uns unterstützen. So, also, äh, ja, wir haben ein paar coole Blumen. Das heißt, das brauchen wir, glaube ich, um den, äh, verschiedenen Clay zu färben. Wir passen hier natürlich komplett nicht ins Texture Pack. Ist mir aber völlig egal. Was haben wir hier? Einen Schwamm. Und, äh, ja, Melone. Melone ist, glaube ich, auch ein Achievement. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Bis dahin. Ciao, Minecraft.